Nora Fatehi wird Produzentin für das internationale Musikvideo Sexy in My Dress. Nora Fatehi ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Unterhaltungswelt. Sie hat alle durch ihre erstaunlichen Tanzroutinen und Lieder verzaubert. Sie hat es in ihrem Arbeitsbereich groß gemacht und ist jetzt auch als Produzentin für ihr internationales Musikvideo mit dem Titel Sexy in My Dress tätig geworden. Der Teaser ihres Songs erhielt eine ermütigende Antwort und das vollständige Musikvideo wurde am Freitag den 23.06.2023 um 17 Uhr auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Sie sagte, es fühlt sich gut an, ein neues Jahr meiner Karriere mit meinem ersten Solo als Sängerin, Sexy in My Dress, zu beginnen. Wir haben eine sehr lateinamerikanische Popstimmung beibehalten und die Tänzer haben so gut performt. Ich bin überglücklich, wie das Projekt gelaufen ist, und ich bin so stolz auf mich selbst, dass ich es trotz allem geschafft habe. Ich bin noch aufgeregter zu sehen, wie alle zu diesem Song tanzen und ihn mit all ihren Freunden teilen. Den ganzen Beitrag findest du auf www.fahresta-radio.com !